In der heutigen Folge geht es um die Sexualisierung des öffentlichen Lebens und anderer Bereiche, sowie um die Folgen, die für mich als Mann damit einhergehen. Bleiben Sie dran! Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal meiner Frau. Ja, Sie sehen es richtig, ich bin es mal wieder. Ich habe mich mal wieder getraut, mich vor die Kamera zu gesellen. Und heute soll es wieder um ein kontroverses Thema gehen, nämlich um die spürbare Sexualisierung der Öffentlichkeit und anderer Bereiche, zum Beispiel in der TV-Werbung, auf Plakaten, im Internet und so weiter. Wie der Titel des Videos schon sagt, Schamlosigkeit, Sexualisierung, egal wo man hinschaut, darum soll es heute gehen und wie gehe ich als Katholik, als männlicher Katholik, mit diesen Schwierigkeiten im täglichen Leben um, als jemand, der Christus nachfolgen möchte. Ja, bevor ich zum eigentlichen Video komme, möchte ich mich bei Ihnen allen eigentlich recht herzlich erstmal bedanken, denn so viele von Ihnen haben sich mein erstes Video der Themenreihe Manly Struggles angesehen und aufgrund der vielen Klicks muss ich wirklich gestehen, mit dieser Resonanz habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also vielen, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Falls Sie das Video, von dem ich gerade gesprochen habe, noch nicht gesehen haben, verlinke ich es Ihnen hier oben. Schauen Sie gerne mal rein. In der damaligen ersten Folge Manly Struggles ging es im Grunde um meine Beobachtungen, dass viele Männer Frauen lüstern hinterhersehen, die Frauen so zum Objekt degradieren und um die Folgen, um die seelischen Folgen, die damit einhergehen und was ich als Mann eigentlich dagegen tun kann. Schauen Sie gerne mal rein. Ich habe mich über Ihre Kommentare und Ihren Zuspruch extrem gefreut. Einige von Ihnen haben zusätzlich damals jedoch noch angemerkt, ja, als Mann könne man die Schönheit der Frau durchaus betrachten und würdigen, ohne sie gleich lüstern anzuschauen. Und da muss ich sagen, da gebe ich Ihnen natürlich recht, das ist ja auch so. Also Mann und Frau haben eine von Gott gegebene natürliche Schönheit und Würde, eben weil sie als sein Abbild hin geschaffen sind. Und dafür ist Gott der Herr zu preisen, ja, dass das so ist. Trotzdem, und dabei bleibe ich auch, ist es für Männer oftmals ein schmaler Grat zwischen Würdigung, der Schönheit der Frau und lüsterner Schau. Und genau darauf wollte ich in meinem Video auch hinaus. Ich hoffe, das ist soweit auch gut rübergekommen. Wenn Sie also in einer konkreten Situation merken, dass Sie jetzt in diese Richtung abdriften, dass Sie merken, okay, ich verfalle in die Sünde, in die lüsterne Schau, dann empfehle ich Ihnen weiterhin, dass Sie sich bewusst davon abwenden, sich dessen bewusst werden und ein Stoßgebet zum Herrn schicken. Denn letztlich ist es ja unsere Willensentscheidung von uns Männern und unsere Freiheit, liebe Männer, wie wir Frauen begegnen und was dies mit uns letztendlich macht. Nun, Ihre Reaktionen auf das erste Video haben mich jetzt dazu ermutigt, ein zweites abzudrehen. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, Sie unterstützen mich mit dieser Reihe Manly Struggles eigentlich am besten, wenn Sie wiederum meine Frau unterstützen, denn ich stehe voll und ganz hinter ihr und ihrer Arbeit, ihrem Apostolat. Und daher lade ich auch ganz bewusst Videos der Reihe Manly Struggles auf Ihrem YouTube-Kanal hoch, Meg Strauss. Auf einem eigenen Kanal würde ich das eher weniger hochladen, würde ich wahrscheinlich nie machen, ganz einfach, weil ich nicht die Reichweite habe und weil ich dadurch meine Frau unterstützen möchte. Daher meine Bitte an Sie, geben Sie diesem Video gerne einen Daumen nach oben oder natürlich nach unten, wenn es Ihnen nicht gefallen hat, jetzt am Ende des Videos. Und abonnieren Sie meine Frau, Ihren Kanal, Meg Strauss, kostenlos über den Button unter dem Video. Wenn Sie keine weiteren Videos verpassen wollen. Okay, nun aber wirklich zum eigentlichen Thema des Videos. Und dieses Thema ist dermaßen komplex, dass ich unmöglich den Anspruch erheben kann, wie so oft natürlich, ein allumfassendes Video dazu zu machen. Also kein Anspruch auf Vollständigkeit, das möchte ich an der Stelle schon mal sagen. Ich möchte Ihnen einfach von meinen Beobachtungen und Erfahrungen berichten, als normaler Katholik der Mitte, was mir so jetzt aufgefallen ist in den letzten Jahren. Auch bin ich natürlich kein Theologe, daher bitte erwarten Sie von mir keine hochteologischen Aussagen. Es sind einfach meine Erfahrungswerte, die ich jetzt hier mitgeben möchte. Und ja, betrachten Sie diese zweite Folge Manly Struggles als eine Art Ergänzung zum ersten Teil. Anders als in der ersten Folge Manly Struggles möchte ich nicht so systematisch vorgehen wie damals, sondern eher so Richtung Real Talk gehen. Also ich möchte einfach frei herausreden, was mir so aufgefallen ist. Einfach aus der Sicht eines einfachen Katholiken. Und ja, was beobachte ich in der Öffentlichkeit? Wie steht es um den Grad der Sexualisierung in unserer Gesellschaft? Und ja, jetzt mit inzwischen 32 Jahren, die ich auf dem Buckel habe, beobachte ich etwas, was mir schon seit vielen, vielen Jahren immer mehr bewusst wird. Ja, ich gebe Ihnen am besten mal ein Beispiel, eine kleine Anekdote. Und zwar kommt es gelegentlich oft vor, dass meine Frau und ich abends den Fernseher einschalten, wie das halt so ist, um eine Sendung oder so zu schauen. Natürlich kommt es auch oft vor, dass wir dann ab und zu wahllos herumzappen durch die Sender, einfach mal um zu gucken, was läuft so im TV gerade, was ist aktuell so am Laufen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das ja schon irgendwie altmodisch, im TV herumzuseppen. Also jetzt im Zeitalter des Internets und der ganzen Streaming-Plattformen, die es so gibt. YouTube erzählt ja natürlich auch dazu. Ist es ja so, dass man an zeitlich festgelegte Sendungen gar nicht mehr gebunden ist, sondern jederzeit selbst frei entscheiden kann, wann man was guckt. Und übrigens, viele sagen ja auch, sie würden nie oder kaum Fernsehen und rühmen sich irgendwie auch damit, dass sie kaum vor der Glotze hängen, was ich nicht so ganz verstehe oder eher etwas differenzierter sehe. Was diese Personen aber gleichzeitig nicht sagen, ist, dass sie oftmals den ganzen Tag oder regelmäßig am Handy hängen oder am Tablet oder wie auch immer und sich am unermesslichen Angebot der ganzen Streaming-Plattformen bedienen oder am Handy die ganze Zeit herumswipen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das dann stundenlang so ist. Ich meine, wir kennen das von uns selbst ja auch, da brauchen wir nicht drum herumreden. Irgendwie zählt ja jeder von uns dazu oder viele von uns. Und am Ende des Tages läuft es dann ja aber trotzdem darauf hinaus, dass man viel vorm Bildschirm sitzt und das vielleicht sogar noch mehr als früher, als man nur am TV gesessen hat. Ja, also das ist ein seltsamer Vergleich, den man da oftmals zieht. Und ich denke, unsere heutige Abhängigkeit mit Handys und die damit einhergehenden Tücken, auch sexueller Art, ja, ich glaube, das ist nochmal eine eigene Folge Manly Struggles wert. Da kann man durchaus nochmal ein bisschen was erzählen. Aber jetzt bin ich schon wieder vom eigentlichen Thema abgekommen. Zurück zum Thema. Also die Anekdote, die ich eigentlich erzählen wollte, das kam wirklich schon oft vor. Folgende Sache. Ich schalte den Fernseher ein. Meine Frau ist dabei. Und das Erste, was man sieht oder hört, ist wirklich oft, das ist kein Witz, ist wirklich oft eine sexuelle Anspielung. Zum Beispiel in einem Werbespot oder in einer Sendung, die gerade zu sehen ist. Kein Scherz. Also ich würde echt sagen, wenn man den Fernseher anmacht, kann man die Uhr danach stellen, bis der erste visuelle, sexuelle Reiz kommt oder ein anzüglicher Spruch oder so. Ja, und das passiert mir gefühlt jedes zweite Mal, wenn ich den Fernseher anmache. Das ist total unheimlich. Und das bei vermeintlich normalen Sendern, wo man das vielleicht nicht unbedingt erwarten würde. Unfassbar. Ich habe mich wirklich schon sehr oft darüber geärgert. Ja, fragen Sie meine Frau. Sie wird das bestätigen. Beobachten Sie dasselbe Phänomen oder geht es Ihnen da ganz anders? Aus meiner Sicht ist das Fernsehen durch und durch sexualisiert. Am Abend sicherlich auch mehr als tagsüber. Aber inzwischen ist es auch tagsüber so, dass man mit solchen Inhalten oftmals konfrontiert wird. Und ich würde sagen, gerade noch unschuldigen Kindern oder unschuldigen Menschen allgemein ist so etwas nicht zuzumuten. Das stiftet Verwirrung. Darüber hinaus, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, können daraus wirklich unangenehme Situationen entstehen, wenn man jetzt zum Beispiel im Familienkreis mit den Eltern oder mit den Schwiegereltern vor dem Fernseher sitzt und ein solches Phänomen eintritt, so eine anzügliche Bemerkung im TV kommt oder gewisse Szenen. Das ist eine blöde Situation und fühlt sich komisch an. Eigentlich sollte das Fernsehen den Menschen dienen und eine Möglichkeit der unbeschwerten Unterhaltung und Information sein in unserer heutigen Welt. Ja, das Gegenteil ist der Fall, das Fernsehen versklavt uns. Da brauchen wir, liebe Männer, gar nicht drum herum zu reden. Es wird versucht, Werbung für Produkte zu machen, und zwar unter dem Deckmantel der sexuellen und visuellen Verführung. Und gerade wir als Männer, die ja doch mehr Probleme haben mit visuellen Reizen als Frauen, ich denke, das ist wirklich so, wir Männer werden da sehr versucht. Und eigentlich sind wir ja zur Freiheit befreit durch Christus, so wie es Paulus sagt im Galaterbrief. Doch gleichzeitig wird diese Freiheit jeden Tag, jetzt natürlich auch im TV, auf eine wirklich harte Probe gestellt, wenn wir mit diesen Versuchungen konfrontiert werden. Und nicht selten lassen wir Männer uns versklaven, indem wir der Sünde der visuellen Verführung einfach nachgeben. Übrigens, wie schon im letzten Video erwähnt, das erste Hinsehen, wofür wir nichts können und was aus dem Nichts natürlich geschehen kann, ohne dass wir es erwarten, ist noch nicht Sünde. Also erst wenn wir uns innerhalb weniger Millisekunde dann bewusst dafür entscheiden, den Blick beizubehalten und nicht wegzusehen, also bewusst wirklich das bejahen. Dann, würde ich sagen, hat der Versucher sein Ziel erreicht und dann geht es in Richtung Sünde. Ja, also dieses Beispiel mit den Schamlosigkeiten im TV, das kann man natürlich auch auf andere Medien ausweiten, das ist klar. Und das ist genauso mit dem Internet natürlich, sei es am Handy, am Laptop, am Tablet, am stationären Rechner oder sonst wo. Das Internet ist wirklich ein gefährlicher Ort, muss man schon sagen, ja. Gerade auch für uns Männer. Und das Internet ist, da müssen wir nicht drum herum reden, durch und durch sexualisiert, obwohl es uns eigentlich dienen sollte, so wie das TV, ja. Tut es ja auch, es dient uns das Internet, wenn wir es richtig einsetzen und nach den richtigen Dingen suchen, aber ich denke, ich muss nicht erzählen, dass pornografische und sexualisierte Inhalte den größten Teil der Internetseiten ausmachen. Auch wenn ich jetzt keine Prozentzahl parat habe, keine Statistik oder so. Das ist eine andere Form der Versklavung von uns Männern, anders als im TV. Eigentlich auch die schlimmste Form der Zerstörung unserer menschlichen Sexualität. Und Gott, der Herr, hat die Sexualität des Menschen zu Beginn ja auch eigentlich anders gedacht. Eben vollkommen und nicht so, wie es im Internet oder so dargestellt wird. Sicherlich, und davon gehe ich auch fest aus, sind auch sehr viele Frauen von dieser Sucht der Sexualisierung und Pornografie betroffen. Das trifft sicherlich nicht nur auf Männer zu. Aber ich kann eben jetzt hauptsächlich nur für die Männer sprechen und es gibt wirklich auch eine sehr hohe Dunkelziffer. Also, egal ob TV oder Internet, wir müssen wachsam sein in der heutigen Welt. Ohne den Beistand Gottes sind wir diesen ganzen Dreck, so muss man es ja nennen, das ist ja alles seelischer Dreck, diesen ganzen Dreck sind wir im Grunde hoffnungslos ausgeliefert ohne Gott. Und mit der Zeit stumpfen wir immer mehr ab, wenn wir uns darauf einlassen und letztlich entmenschlichen wir uns selbst dadurch. Wir sind nicht mehr so Mensch, wie Gott es von uns erwartet, wie er sich uns gedacht hat. Und ja, dazu habe ich natürlich schon einiges gesagt in der ersten Folge Many Struggles. Ich möchte Ihnen auf diesem Wege einfach nochmal den Impuls mitgeben, die Augen jederzeit offen zu halten, am TV, im Internet und so weiter, unter Versuchung der Schamlosigkeit den Kampf anzusagen. Seien Sie also wachsam und bitten Sie Gott, den Vater, um seinen Beistand, den Heiligen Geist und versuchen Sie immer im Stand der Gnade zu sein, zum Beispiel durch regelmäßigen Besuch der Heiligen Messe, durch eucharistische Anbetung, durch regelmäßigen Empfang des Buchsakramentes, also die Heilige Beichte. Das stärkt, wirklich, das stärkt uns seelisch und auch für den täglichen geistigen Kampf. Und das sind die Mittel, die Satan letztlich abschrecken. Und vielleicht als weiterer Tipp, auch das Aussprechen des Namens Jesu, das kann wirklich Wunder bewirken, sei es in Gedanken oder wirklich aussprechend, auch wirklich sagend, dies ist ein großer Schutz und Schirm für uns. Und nicht vergessen, tragen Sie den Rosenkranz immer bei sich. Wo ist er denn? Ich habe den, glaube ich, gerade auch hier bei mir. Ja, meinen Rosenkranz, den habe ich immer bei mir. Und beten Sie ihn zwischendurch immer mal wieder, wenn es nicht am Stück geht, weil es längere Abschnitte sind, immer peu à peu, wenn Sie gerade Zeit haben, wenn Sie unterwegs sind. Und nehmen Sie sich auch mal eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde Zeit, um in die Stille zu gehen und den Rosenkranz zu beten, mit Gott zu sprechen. Nehmen Sie sich einfach bewusst Zeit dafür, für das Rosenkranzgebet und für die Connection zwischen Maria und uns, die uns dann ja zu Jesus führt. Übrigens, diesen Rosenkranz, den ich hier in der Hand habe, den habe ich letzten Sonntag wiedergefunden. Ich habe den nämlich eine ganze Woche vermisst. Und zwar hatte ich den irgendwie verlegt. Ich habe das ganze Haus abgesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Und jetzt gestern habe ich den dann wiedergefunden in der Kirche. Er lag in der Bank die ganze Zeit über eine Woche. Ich war froh, dass er da noch lag und nicht weggekommen ist. Und seitdem werde ich jetzt noch mehr darauf aufpassen. Als weiterer Tipp, was ich auch oft tue, was ich Ihnen auch gerne weitergeben kann, vor zu erwartenden Gefahren bitten Sie den Herrn aktiv, dass er Sie mit seinem kostbaren Blute reinwasche und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und ich kann aus eigener Erfahrung auf jeden Fall sagen, dass das wirklich eine Hilfe ist und schützt. Denn ich persönlich spreche dies jeden Morgen aus. Herr, wasch mich rein mit deinem kostbaren Blut und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und zwar immer kurz bevor ich meine Arbeitsstätte betrete. Quasi direkt vor dem Haupteingang meiner Arbeit. Und wenn ich es dann mal vergessen habe, dann fällt es mir meistens direkt im Fahrstuhl ein, wenn ich dann hochfahre. Und dann spreche ich das eben im Fahrstuhl aus. Herr, wasch mich rein mit deinem kostbaren Blut und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und das kombiniere ich dann immer mit einem Kreuzzeichen. Ja, das kann ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Es ist quasi für mich wie ein Ritual geworden, das ich Ihnen wärmstens weiterempfehlen kann. Also probieren Sie es gerne aus und erzählen Sie mir auch gerne in den Kommentaren von Ihren Erfahrungen. Genauso kann man das aussprechen, wenn man weiß, dass Versuchungen sexueller Art jetzt gleich in der Öffentlichkeit bevorstehen. Ganz einfach, weil man nun mit dem öffentlichen Leben konfrontiert wird. Zum Beispiel, wenn man einkaufen geht oder zur Arbeit oder was auch immer. Ja, also man ist ja Teil der Öffentlichkeit. Das geht ja nicht anders. Und wir dürfen nicht in Angst verfallen. Das möchte ich Ihnen auf jeden Fall noch mitgeben. Sondern wir dürfen eigentlich immer darauf setzen, dass wir eben zur Freiheit befreit sind, wie es Paulus gesagt hat. Wir sind erlöst und haben einen Beistand, den Heiligen Geist. Und wir sind eben mitten in dieser Welt und nicht von dieser Welt. Und darauf dürfen wir auch setzen. Abschließend vielleicht nochmal eine andere Art sexueller Gefahr im öffentlichen Leben. Und zwar von der Versuchung, Frauen lüstern hinterherzusehen, habe ich Ihnen ja schon ausgiebig erzählt. Aber was gibt es sonst, wenn man jetzt zum Beispiel in der Innenstadt unterwegs ist? Klar, hier und da hängen Plakate in der Innenstadt, in städtischen Gebieten. Und diese Plakate sind oftmals, das ist für Sie sicherlich kein Geheimnis, und das ist Ihnen auch schon aufgefallen, voll von Schamlosigkeiten, von halbnackten Menschen, seines Frauen, seines Männern, tendenziell eher Frauen, habe ich so den Eindruck. Oder andere anzügliche Darstellungen, die abgebildet sind. Oder Anmerkungen, Sprüche, die doppeldeutig sind und anzüglich sind, schamlos sind. Und das alles wird gemacht, um letztlich Werbung für etwas zu machen, was vielleicht gar nicht mit dem dargestellten Körper zu tun hat oder mit dem Inhalt, der dargelegt wird. Ist Ihnen eigentlich auch aufgefallen, was alles in unseren Schaufenstern, in unseren Städten, in unseren Geschäften zu sehen ist? Ja, also da würde ich auch empfehlen, nicht unbedingt genau hinzuschauen, denn oftmals wird man versucht, in die Schamlosigkeit zu verfallen. Ich persönlich stelle mir dann manchmal die Frage, was Frauen eigentlich darüber denken, wenn sie mit solchen Plakaten, mit solchen Darstellungen in Städten konfrontiert werden. Ich bin eben ein Mann und kann dies nur aus der Perspektive des Mannes bewerten. Aus meiner Sicht ist es mal wieder eine glasklare Versuchung, anhand visueller Reize für ein Produkt zu werben. Scheinbar funktioniert das auch top, denn sonst würde man das ja nicht machen, sonst würde die Werbung ja nicht so aussehen. Wenn unter den Zuschauern Frauen dabei sind, würde ich mich freuen, wenn sie ihre Meinung dazu in den Kommentaren kundtun. Ganz einfach, weil mich das sehr interessiert. Ich denke jedenfalls immer, als Frau würde man sich auf das Körperliche reduziert fühlen. Also vielleicht zum Objekt der Lust degradiert und das kann es ja eigentlich nicht sein. Und manch ein junges Mädchen verfällt sicherlich auch in die Versuchung, sich diese Darstellung dann zum Vorbild zu nehmen für das weitere Leben und hat dann ein komplett falsches Verständnis von dem, was eine Frau eigentlich ausmacht, was das Schöne an einer Frau ist. Es wird zur Normalität, eben weil es dann überall zu sehen ist, was in den Plakaten und so zu sehen ist. Das von Gott vorgesehene Menschenbild, die Würde des Menschen, ja die eigentliche Schönheit von Mann und Frau, die Ganzheitlichkeit des Menschen, die aus Leib und Seele beziehungsweise Geist besteht. All das wird geleugnet, ausgeklammert und bewusst vernichtet. Das ist eine absolute Tragödie und vielleicht auch nicht jedem bewusst, aber letztlich ist es ja so. Der Mensch ist nicht mehr Mensch, wenn er nur noch aus Leib besteht, wenn er nur noch Leib ist, aber kein Geist, keine Seele mehr. Er wird zum Objekt. Sehen Sie das nicht auch so? Ich bin ganz klar der Meinung, in unserer heutigen Welt wird der Mensch, wie er von Gott von Anfang an gedacht gewesen ist und geschaffen wurde, aufs Äußerste pervertiert. Ja, ich weiß, für manche von Ihnen gelte ich jetzt als Spießer oder Spinner. Vielleicht auch schon in der ersten Folge Mandy Struggles haben das einige gedacht, was will der denn? Warum erzählt er sowas? Ja, das ist okay. Also das ist Ihre persönliche Meinung. Sie können denken, was Sie wollen oder auch eine ganz eigene Meinung über mich haben oder über das, was ich hier erzähle. und sicherlich mache ich mich mit diesem Video oder mit dieser Videoreihe bei manchen von Ihnen auch sehr unbeliebt. Aber wie gesagt, das nehme ich gerne in Kauf, denn es ist mir ein wichtiges, persönliches Anliegen, dass ich dieses Statement hier abgeben kann. Also schreiben Sie gerne in die Kommentare, ob ich mich bei Ihnen unbeliebt gemacht habe und das ganze Video ein kompletter Schwachsinn jetzt für Sie gewesen ist. Oder ob es Ihnen gefallen hat. Das würde mich natürlich auch interessieren. Mir ging es ganz einfach darum, auf diese Gefahren, die überall wirklich lauern, hinzuweisen. In der Öffentlichkeit, die Schamlosigkeit, gerade für uns Katholiken, denen es ja ein wichtiges Anliegen ist, im Stand der Gnade zu sein und den Segen Gottes zu haben, ist es zu einer riesigen Herausforderung geworden. Tag für Tag aufs Neue. Daher lade ich Sie und auch mich selbst ein, dass wir uns einfach mal alle selbst prüfen und uns folgende Fragen stellen. Wo hakt es noch bei mir? Bin ich mir dieser Gefahren eigentlich bewusst, was ich Tag für Tag aufs Neue sehe oder welchen Dingen ich ausgeliefert bin? Bemühe ich mich, diesen Versuchungen möglichst zu meiden? Und wenn diese Versuchungen dann doch da sind, wie reagiere ich darauf? Lasse ich mich gehen? Gebe ich den Kampf sofort auf? Mache ich einfach mit? Und ich sage es mal so, wenn Sie merken, dass Sie noch nicht abgestumpft sind, sondern wirklich auch regelmäßig versucht werden, also wenn Sie das auch wirklich aktiv merken, dann kann das eigentlich auch ein gutes Zeichen sein, denn nur derjenige muss wirklich kämpfen oder merkt, dass er kämpfen muss, der sich auch um innere Reinheit bemüht und noch nicht komplett abgedriftet ist. Ja, also wenn Sie diesen täglichen geistigen Kampf merken, dann zeugt das eigentlich davon, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Es ist gut, dass wir nicht einfach so aufgeben und uns der Versuchungen ausliefern, sondern jederzeit wirklich wachsam sind und dagegen ankämpfen. Und wir haben natürlich nicht nur den Heiligen Geist, den wir anrufen können, sondern auch viele, viele Heilige, die schon bei Gott im Himmel sind und die mit diesen schamlosen Versuchungen auch ihr Leben lang gekämpft haben oder damit in Berührung gekommen sind, so wie eigentlich jeder von uns. Und diese Heilige können wir in solchen Momenten der Versuchung auch um deren Fürsprache bitten. Ja, also allen voran Mutter Gottes natürlich, die Reinste der Reinen, die Keusche Mutter, unsere Mutter Gottes. Ich denke, wenn wir sie um Hilfe bitten, kann das nie falsch sein oder überheblich. Ja, also schließlich beten wir auch im Ave Maria ganz am Ende, Bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Und die Stunde unseres Todes, die kann ja im übertragenen Sinne auch der Moment der Versuchung sein, im Hier und Jetzt, der uns in den seelischen Tod stürzen kann. Die Stunde der Versuchung, die Stunde unseres Todes. Da dürfen wir zu Maria kommen und sie um ihre Fürsprache bitten, dass sie uns beschützt und unser Schirm und Schutz ist. Gleichwohl können wir uns in der heiligen Beichte davon befreien, wenn wir dann doch versagt haben. Das soll ja vorkommen. Nein, das kommt ja vor. Und das ist wirklich ein barmherziger Akt Gottes, ja, dass wir in die Beichte kommen können und alles abgeben können, was wir an Dreck angesammelt haben und dann neu anfangen können. Es gibt aber auch andere Heilige, die man anrufen kann, zum Beispiel der heilige Aloisius. Ja, also gerade für Männer und Jungs ist das ein wichtiger Heiliger, würde ich sagen. Und er kann immer dann angerufen werden in Momenten der sexuellen Anfechtung, der heilige Aloisius. Bitte für uns. Und für Frauen kann man speziell als Fürsprecherinnen vielleicht die heilige Agatha nennen oder die heilige Agnes oder auch die heilige Maria Goretti. Ja, aber natürlich dürfen wir Männer, dürfen sie, die wir Männer, auch diese heiligen Frauen anrufen. Diese stehen uns natürlich auch bei. Ja, es gäbe natürlich noch so viel zu sagen und man könnte noch so viele weitere Beispiele nennen, aber ich denke, ich sollte jetzt wirklich zum Ende kommen. Ich hoffe, ich habe auch das Wichtigste gesagt, was ich so in Gedanken hatte, was ich mir aufgeschrieben habe. Aber, wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit in diesem Video. Und die Quintessenz ist einfach sexuelle Versuchung und Schamlosigkeit, wo man nur hinsieht. Das ist heutzutage leider der Fall und wir müssen uns einfach hüten und müssen auch bewusst dem entgegenkämpfen. Ja, ich hoffe, ich konnte rüberbringen, was mir auf dem Herzen liegt. Es ist wirklich ein lebenslanger Kampf, den wir immer führen müssen. Innere Reinheit und Keuschheit, darum geht es letztlich. Erst dann sind wir wirklich befreit und keine Sklaven der Sünde mehr. Ach so, ja, wenn Sie jetzt noch sagen, Sie haben irgendwie ein bestimmtes Thema, was ich auch ansprechen soll aus der Sicht eines männlichen Katholiken, ein anderes Thema zu Many Struggles, dann würde ich mich freuen, wenn Sie das in die Kommentare schreiben würden. Ich habe auch so andere Ideen noch, was ich noch machen kann. Das ist natürlich auch ein bisschen begrenzt und vielleicht ergeben sich neue Horizonte für mich, neue Themen, wenn Sie das einfach mal in die Kommentare schreiben. Was würde Sie ganz besonders interessieren? Worauf würden Sie ganz besonders setzen, dass ich das auch noch mal in dem Video zum Thema mache? Ja, zum Schluss wünsche ich Ihnen gottesreichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Bis zur nächsten Folge Many Struggles. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Schau mal in den letzten Jahren.